so dann gucken wir mal botschaft benachtigen da sind wir gerade ist da glaube ich nur gerade auslaufen ja da wollen wir ihm mal bescheid sagen es ist eine station of great honor that i am sure you will fill with brio and panache the mother cardinal cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future i only regret that your departure is so sudden really to be entirely honest with you i was hoping to solicit your help in a rather delicate matter tell me more about it and perhaps i can take care of your problem before my departure very well a small group of dangerous heretics has found refuge in serene we know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls but these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place scheint ja ganz gut abzugehen in dem nest i consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard heresy is not a crime in serene you do know that but i'm sure my uncle would hear your arguments why call on my intervention the prince would indeed give us his blessing but it would take time far too much time for according to our sources these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where i see you're hoping that i'll be able to do something before they make it to an enemy city if your heretics are planning on boarding a ship then they must be in the dockyards i'll look into this and see what i can do ok i must be going farewell excellency may the light guide you to sade the merchant is there die ganze nebenquest kann man ja später noch machen dann spielen wir erstmal den hauptteil so von anderen fraktionen kontrollierte zonen diese zonen steht unter der kontrolle einer anderen fraktion dies der zutritt zu bestimmten bereichen verboten mit einem kostüm oberkörper der fraktion kannst du die wachen täuschen du kannst außerdem versuchen zu schleichen doch wenn eine wache die ich entdeckt kann dies eine gewaltsame reaktion provozieren dein ruf bei der fraktion schaden ok da ist er ja hallo herr kapitän hallo herr kapitän hallo herr kapitän ich habe versprochen, dass die merchant und ihren Prinz wir sind vor der tage du, Mann, gib das richtig diese Porcelain ist mehr wert als dein Leben hr 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 Aber der junge Gouverneur ist nicht mit dir. Er hat nicht nach Hause nach Hause. Ich muss ihn nachdenken, bevor er nachdenken. Ich hoffe, dass er nichts passiert, oder er nicht verändert hat. Der Tide ist nicht erwartet. Vielleicht er hat er nur gegründet, dass er nachdenken, mit ein wenig zu viel Enthusiasm ist. Ist alles bereit? Wir sind ein Kruh-Member. Der Kabin-Boy ist missing. Aber keine Angst, wir werden ohne ihn, wenn er sich nicht vor der Tide presentiert. Ist er ein Kruh-Member der Kruh-Member? Wir brauchen ihn nicht für Sailing oder Navigation. Er ist nur ein Kruh-Member. Er muss einfach nur ein bisschen zu essen, in der Erinnerung erzulich sein. Wie ein anderer, ich weiß. Ich wundere, Jonas war niemals ein Kruh-Member. Und es hat zwei Tage seitdem er sich gesehen hat. Ich glaube, etwas Schmerz hat ihm zu sehen. Ich frage Sie, wenn Sie etwas hören können, Sie können es mir sagen? Ich möchte, dass Sie mit einem klarer Geheimdrehen haben. Ich glaube nicht, aber es ist schwierig zu sein. Okay, wer sind seine engsten Freunde? Hoffentlich mal interessant. Sorry. 6.30 Uhr morgens. I spoke of a rather animated party that went down at the Coyne Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails. Not far from the warehouses. Why I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Tileme's men have been looking for nigh on two days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port breaks, just like the warehouses, are property of the north. No one else may enter. Der Kapitän scheint ja ein mieser Typ zu sein. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler, the sailor mentioned. He's a captain, Kurt. Like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Then we'll get here. There is something entdeckt, Lagerhäuser. That's a good idea, I have to say. That you can see, that the symbol is right at the door. You need to look around the door. That's a good idea. Quest abschließend. In Greedfall kann ein Quest meist auf verschiedene Arten abgeschlossen werden. Das CD hat mehrere Eisen im Feuer, Raffinesse, Überredungskunst, Intuition, Korruption, das Fertigen von Gegenständen auf dem Werkstück. Das alles sind Wege, die dir zur Verfügung stehen, um deine Ziele zu erreichen, um dich in diesen Gebieten zu verbessern. Verteilst du Punkte in den entsprechenden Talentbaum oder trägst Ausrüstung, die Boni bietet Drohungen und im Kampf sind weitere Probandenoptionen, wenn deine Feinde nicht empfänglich für deine Talente sind. Da muss ich auch sagen, Überredungskunst finde ich immer sehr geil. Rhetorik ist da echt alles. Guten Tag, Tavernkeeper. Guten Tag, er ist hier. Was ist dein Geil? Ich schaue meinen Freund. Sein Name ist Konstantin. Ich glaube, er war bereit für seine Gelegenheit heute Nacht. Es gab wirklich eine Party hier heute Nacht. Aber es hat sich zu schwer gemacht. Was heißt das? Ein Brawl ist weg, meine Tavern wurde verletzt. Und niemand hat die Verletzungen verletzt. Ich bin sorry. Ui Es gibt viel da oben da. Lass uns mal einsehen. Vielleicht kann es sich reparieren. Wenn du es schaffst, dann werde ich es geholfen. Wenn nicht, dann musst du es schaffst. Die Furniture ist in schaffst. Der Kampf muss sich extrem schaffst. Es sieht aus, dass es schaffst. Ich habe es gesehen. Wir brauchen ein paar Metall-Dowels. Aber wenn es fertig ist, dann können wir sie wie du. Ich könnte es reparieren, wenn ich ein paar Metall-Dowels habe. Wir brauchen ein paar Metall-Dowels. Ich werde es schaffst. 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 Auf Wiedersehen. 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 Sehr gut, Sir. Wie kann ich sein? Kannst du mir erklären, warum du nicht aufhörst den Orden mit dem Guard gewonnen hast? Es ist ein Verständnis, Sir. Natürlich sind wir bereit, aufhörst die Orden. In Wahrheit, ich habe bereits ein Wort mit deinem Master-at-Arm. Sie fragen, dass wir wiederholfen, obwohl es bereits bezahlt hat. Es ist nur, dass der Preis aufhörst. Ich habe nichts zu tun. Das ist unabhängig. Wenn Sie aufhörst, müssen Sie das Verständnis aufhörst. Entschuldigung, Sir. Ich bin nur ein Agent. Und ich bin nur aufhörst die Orden. Ihr Master hat wahrscheinlich gefragt, dass Sie eine zweite Behandlung für diese Merchandise haben. Das stimmt. Er hat mir gesagt, dass der Attendant, dass sie etwas zuhörst hat, als er die Orden hat. Und so, er hat mir gedacht, dass die Guard gewonnen hat, in der Ende, was er gefragt hat. Ich bin nur aufhörst. Und ich bin derjenige, dass sie das Verständnis haben. Entschuldigung, Kapitän. Es ist nichts persönliches. Ich bin nur aufhörst. 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 Ja, wir hörenen Sie. Es macht einen fragen, welcher von uns zwei von uns ist eine Coin-Guard. Ihr Master hat wahrscheinlich gefragt, dass Sie eine Sekunde aufhörst. Das stimmt. Und so, er hat mir gedacht, dass... Ich bin nur aufhörst. Entschuldigung, Kapitän. Ich bin nur aufhörst. Genau. Ich bin nur aufhörst. Oh. Gefängnisstraf androhen. Versuchen, ihn zu bestechen. Okay. Ich bin nur aufhörst. 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 Herr de Sardai. Herr von Prinz Dorsey und Legate der Kongregation von Merchants. Während unserer Gespräche, du mir erklärt hast, dass dein Master dich verletzt hat, zu verletzieren. Das ist schrecklich. Es ist besonders, als du erinnerst, als er seine Angeber in extorsion, und die Verpflichtung. Sie wissen, wie ich, dass die Kongregation nicht zuerst verletzieren solche illegalen Aktivitäten. Aber ich bin nur aufhörst. Das ist schrecklich. Also, als ich aufhörst, die einzige Sprache, die Sie verstehen. Ich versuche, Sie zurückzunehmen, die Merchandise, ohne Zeit. ohne Zeit. Unless du lieber, dass dein Master dich verletzt hat und dass du deine Zeit in der Präsent. Aber ich... Wie du solltest, mein Herr. Ich gehe sofort, und frage mich, dass diese Kräte die Verletzungen Das ist eine gewisse Entscheidung. Danke. Ich dachte, dass das nie enden kann. Du wirst sicherlich in deinem neuen Titel. Bravo! Der Quartermaster muss uns erwartet. Okay, okay. So, dann gehen wir mal weiter. Kann ich ja eigentlich auch mal abkürzen? Das hier... Nö. Dass ich hier mal rüberspringe oder so.